Herzlich willkommen zu diesem Lesekreis, zu dem Buch Das Heilige und das Profane von Mircha Eliade. Mein Name ist Andreas und in den nächsten fünf Einheiten werden wir gemeinsam mit Eliade versuchen zu verstehen, was eigentlich die Welterfahrung des religiösen Menschen ausmacht und wieso sie sich so fundamental von unserer modernen Welterfahrung unterscheidet. Wenn ihr euch für diesen Lesekreis eingeschrieben habt, dann bedeutet das, dass ihr ein gewisses Grundinteresse mitbringt für Fragen der Religion, der Spiritualität und des traditionellen Denkens. Und es gibt wahrscheinlich keinen besseren Einstieg in dieses ganze Feld als das jetzt uns vorliegende Büchlein von Mircha Eliade, Das Heilige und das Profane. Mircha Eliade ist ein Name, der tatsächlich auch im heutigen akademischen Mainstream in seinem Fach gar nicht so unbekannt ist. Er war selbst Religionswissenschaftler, gebürtiger Rumäne und hat später in Frankreich und dann in den USA gelehrt. Und der Name Eliade, um den kommt man tatsächlich auch heute in Religionswissenschaften eigentlich nicht herum. Und was Eliade Besonderes gemacht hat in der Akademie, ist, dass er den Anspruch hatte, das religiöse Erfahren, die religiösen Realitäten der traditionellen Kulturen, nicht, wie es die Forscher im 19. Jahrhundert getan haben, aus der Perspektive des modernen Menschen zu betrachten, also als eine Art Vorstufe im Prozess des Fortschritts hin zu unserer modernen Welt, sondern er hat versucht, diese religiösen Systeme und Kulturen aus sich selbst heraus zu verstehen. Das heißt, sie zu beschreiben, wie die Menschen, die in diesen Kulturen und mit diesem Glauben leben, sich selbst verstehen. Und sie eben nicht durch die Linse der Naturwissenschaft, der Psychologie oder sonstiger moderner Wissenschaften zu beleuchten. Denn vor allem im 19. Jahrhundert war es eigentlich recht üblich, religiöse, traditionelle Kulturen immer durch irgendwie so eine wissenschaftliche Linse zu betrachten, in der sie im Grunde immer zu einer Art, ja, Vorstufe irgendwelcher späteren Prozesse wurden. Oder indem sie einfach als Primitive abgestempelt wurden und das religiöse Wissen und das religiöse Denken zu so einer Art, ja, schlechteren Wissenschaft. Also vor allem die naturalistischen Deutungen, die im 19. Jahrhundert sehr vorherrschend waren, in denen dann meinetwegen das Pantheon irgendwelcher traditionellen Kulturen letztlich nur, in Anführungsstrichen, Metaphern für irgendwelche Naturgewalten, waren, was natürlich aus der Sicht des modernen Menschen völlig überkommen ist. Denn der moderne Mensch kann die Naturgewalten anders beschreiben, nämlich wissenschaftlich. Damit steht er über diesen traditionellen Kulturen und kann sie im Grunde von oben herab betrachten und beschreiben. Aber er ist einen Schritt weiter sozusagen. Und was Eliade jetzt in diesem Buch und in seinem ganzen Werk gemacht hat, ist, er hat sich versucht, hineinzuversetzen in die Menschen, die diese Dinge wirklich geglaubt haben und den Glauben so gut wie möglich aus deren Perspektive zu beschreiben. Und was er dabei eben herausstellt, ist, dass sich die Welterfahrung des religiösen Menschen grundverschieden verhält zu der des modernen Menschen. Und dass eigentlich keine Kontinuität zwischen den beiden besteht. Also dass sich nicht einfach der Mythos, die Religion und der Glaube einfach nur als schlechtere Wissenschaft beschreiben lassen, sondern dass man sie als etwas Selbstständiges begreifen muss, das seine eigene Struktur aufweist und das man auch aus dieser Struktur heraus verstehen muss. Und der Name Mütter-Iliade ist neben der etablierten Akademie, neben der Religionswissenschaft auch noch verbunden mit einer philosophischen Strömung des 20. Jahrhunderts, und zwar des sogenannten integralen Traditionalismus. Diese Schule geht zurück auf den Franzosen René Guénard, wird vielleicht einigen Hörern auch schon ein Begriff sein. Ich will jetzt hier gar nicht mich vertiefen und mich da vertieft dazu auslassen, was jetzt den Kern dieser philosophischen Strömung ausmacht. Denn ich werde versuchen, immer wieder in diesem Lesekreis Verbindungen zu ziehen zwischen Eliades wissenschaftlichem Zugang zur Religion und zu archaischen Kulturen und dem philosophischen System des Traditionalismus, der, wenn man es genau nimmt, eigentlich kein philosophisches System ist, sondern der Versuch, das Denken der traditionellen Welt zu vereinheitlichen und als einheitlich Ganzes darzustellen und der modernen Welt gegenüberzustellen. In unserer heutigen Lektion habe ich mir im Grunde nur ein einziges Kapitel, nämlich im Grunde nur die Einleitung, vorgenommen. Tatsächlich ist diese erste Lektion vielleicht aber sogar die wichtigste in diesem ganzen Lesekreis. Denn wir werden heute eine gute halbe bis dreiviertel Stunde im Grunde nur mit drei oder vier Seiten verbringen, weil Eliade hier in dieser Einführung einen ganz zentralen Begriff ins Spiel bringt. Und dieser Begriff ist aus meiner Sicht so wesentlich und so grundlegend für das ganze Buch und den ganzen Gegenstand, über den wir uns hier unterhalten, dass ich hier wirklich ins Detail gehen möchte, viele Bezüge zu anderen traditionalistischen Autoren herstellen möchte und damit im Grunde für die späteren Lektionen das Grundmuster und die Grundstruktur legen möchte. Also passt am besten heute wirklich gut auf. Dann habt ihr für die nächsten Lektionen sozusagen das Handwerkszeug und die Grundlagen, die ihr braucht. Denn die späteren Kapitel in diesem Buch sind im Grunde nur noch, ja, man könnte sagen, Sammlungen von Beispielen und nähere Erläuterungen, wie sich diese Grundstruktur, die in der Einleitung erläutert wird, anwenden lässt. Und dieser zentrale Begriff, den ich jetzt hier gerade in Bezug genommen habe, den Eliade auf Seite 14 und da erstens in seiner Einleitung einführt, ist der Begriff der Hierophanie. Ich zitiere hier kurz aus unserem Buch, Seite 14. Der Mensch erhält Kenntnis vom Heiligen, weil dieses sich manifestiert, weil es sich als etwas vom Profanen völlig Verschiedenes zeigt. Diese Manifestation des Heiligen wollen wir mit dem Wort Hierophanie bezeichnen. Dieser Ausdruck ist brauchbar, weil er nichts anderes ausdrückt als das, was seine etymologische Zusammensetzung enthält, nämlich, dass etwas Heiliges sich uns zeigt. Griechisch hieros, heilig, und phanen, sich zeigen. Man könnte sagen, dass die Geschichte der Religionen von dem Primitivsten bis zu den Hochentwickelten sich aus einer Vielzahl von Hierophanien, das heißt Manifestationen heiliger Realitäten, zusammensetzen. Von der elementarsten Hierophanie, etwa der Manifestation des Heiligen in irgendeinem Gegenstand, einem Stein oder einem Baum, bis zur höchsten Hierophanie, für einen Christen zum Beispiel die Inkarnation Gottes in Jesus Christus, gibt es keinen Bruch. Es handelt sich immer um denselben geheimnisvollen Vorgang, das ganz andere, eine Realität, die nicht von unserer Welt ist, manifestiert sich in Gegenständen, die integrierende Bestandteile unserer natürlichen, profanen Welt sind. Und bei diesem Begriff und seiner Definition wollen wir jetzt mal verweilen und uns überlegen, wie ist das überhaupt möglich, wie ist diese Offenbarung des Heiligen möglich und was für, was impliziert sie und auf was für philosophische Grundlagen verweist sie im Grunde. Und da können wir im Grunde einfach sprachlich zunächst mal bei dieser Definition bleiben. Das Heilige zeigt sich. Das Erste, was wir daraus ableiten können, ist, dass das Heilige, das sich für den religiösen Menschen zeigt, nicht von uns abhängig ist. Also das Heilige ist für den religiösen Menschen kein Produkt seiner selbst. Es ist nicht bloß eine Fantasie, es ist nicht bloß irgendeine Vorstellung, die seiner Vorstellungswelt entspringt. Es ist auch nicht bloß ein Produkt seines Unterbewussten, wie es vor allem die moderne Psychoanalyse seit Sigmund Freud und dann vor allem seit Carl Gustav Jung darstellt. Das Heilige ist für den Menschen zwar ein subjektiver Eindruck, das heißt, er erfährt die Präsenz des Heiligen im Inneren seiner Seele, in seinem Bewusstsein, er kann sie auch im Denken reflektieren. Er erfährt sie nicht physisch, wie ein physisches Objekt. Also das Heilige ist nicht das, was er sozusagen sieht, schmeckt und riecht, sondern es ist das, was sich seinem Bewusstsein preisgibt. Das bedeutet aber nicht, dass das Heilige von diesem Bewusstsein, von diesem wahrnehmenden Bewusstsein des Menschen abhängig ist, sondern das Heilige hat eine selbstständige, objektive Realität, die unabhängig von dem individuellen Menschen und dem konkreten Moment der Erscheinung ist. Und da sind wir im Grunde schon bei einem Punkt, der einem modernen Menschen, der nicht vertraut ist mit dem religiösen Weltbild und mit dieser Art, die Welt zu erfahren, womöglich schwer zu begreifen ist. Was einfach daran liegt, dass wir moderne Menschen völlig daran gewöhnt sind, alles, was irgendwie rein geistig ist, abzuleiten von nicht geistigen Realitäten. Das heißt, wenn ich jetzt behaupte, die Offenbarung des Heiligen in, sage ich mal, einem Sakrament oder einer Reliquie hat eine eigene Realität, dann lacht der moderne Mensch im Grunde und sagt, das ist doch Quatsch, diese Realität ist doch sozusagen nur eine Konstruktion, die ich aus dem Objekt herausziehe. Also eigentlich habe ich zunächst nur das Objekt, also nur die Reliquie und meine Fantasie, meine menschliche oder mein Unbewusstes, meine menschlichen Vorstellungskräfte projizieren dann irgendwelche Inhalte auf dieses Objekt und daraus entsteht diese Vorstellung der Präsenz des Heiligen. Nicht so aber für den religiösen Menschen, für den dieses Heilige real und objektiv unabhängig von ihm selbst ist. Jetzt haben wir schon angesprochen, dass das Heilige sich meistens in Gegenständen der materiellen Welt offenbart. Also ist jetzt eigentlich die Frage, was ist denn das Verhältnis dieses Heiligen zu diesem Objekt? Ich habe gerade schon gesagt, für den modernen Menschen ist es völlig klar, das Objekt, die physische Welt, ist das einzige Reale und alles, was wir uns da hineindenken, ist letztlich nicht wirklich wahr, nicht wirklich real, sondern nur relativ, weil es entsteht nur durch die Verbindung, durch die Relation des Menschen, der sich dieses Objekt ansieht und seiner Vorstellungskraft. Ich möchte hier nochmal zitieren aus dem Buch von Iliade, ich bin jetzt auf Seite 15, der erste Absatz. Der moderne Abendländer empfindet ein gewisses Unbehagen gegenüber manchen Manifestationsweisen des Heiligen. Es fällt ihm schwer zu begreifen, dass für gewisse menschliche Wesen das Heilige sich in Steinen oder in Bäumen manifestieren kann. Wir werden jedoch bald sehen, dass es sich nicht um eine Anbetung des Steines oder des Baumes als solche handelt. Der heilige Stein, der heilige Baum werden nicht als Stein oder als Baum verehrt, sie werden verehrt, weil sie hier Rophanin sind, weil sie etwas zeigen, was nicht mehr Stein oder Baum ist, sondern das Heilige, das ganz andere. Das heißt, obwohl sich das Heilige in Gegenständen der Welt, zum Beispiel Stein oder Baum, manifestiert, übersteigt es selbst diese Gegenstände, dieses Seiende, in dem es sich zeigt. Das lateinische Wort für übersteigen, Transcendere, deutet auch auf unseren religionsphilosophischen Begriff der Transzendenz hin. Und das bedeutet, dass das Heilige an sich umfassender und wesentlicher ist als das, was ich mal seinen Träger oder sein Symbol in der Welt nennen will. Also das Heilige, das sich im heiligen Baum manifestiert, übersteigt diesen Baum als solchen. Und wenn jetzt an diesem heiligen Baum ein Akt der Verehrung stattfindet, dann wird nicht das Objekt an sich, also der Baum, als Baum verehrt, sondern das Heilige, das sich in ihm manifestiert. Das Heilige ist aber damit nicht abhängig von diesem Baum. Wir hatten vorher schon gesagt, das Heilige ist nicht abhängig von uns, denen es sich zeigt. Es ist auch nicht abhängig von den Dingen, in denen es sich zeigt. Denn das Heilige kann sich in vielen verschiedenen Gegenständen offenbaren. Diese Gegenstände haben aber keinen Einfluss auf das Heilige an sich, sondern sie sind sozusagen nur Träger dieser Offenbarung. Und auch das mag jetzt noch abstrakt erscheinen, wenn man noch nicht tiefer eingedrungen ist, in diese Art zu denken. Es wird vielleicht etwas konkreter, wenn man dieses Verhältnis konkreter beschreibt, zwischen dem Heiligen an sich und seinem Träger. Und zwar zeigt sich in der Hierophonie das Heilige als etwas Unwandelbares im Wandelbaren. Der Träger der Hierophonie, der Gegenstand der materiellen Welt, ist wegen seiner Natur als materieller Gegenstand wandelbar, veränderlich, sterblich. Ja, das ist das Schicksal, was jedem körperlichen Gegenstand blüht, ist das, dass man ihn teilen kann, dass man seine Einheit auflösen kann in eine Vielheit. Was zum Beispiel passiert, wenn ein heiliger Baum zu alt wird, wenn ihn einen Blitz trifft, dann stirbt auch dieser heilige Baum. Wenn ich die heilige Reliquie mit Gewalt zerstöre, ist auch die heilige Reliquie nicht mehr als solche Gans und Teil dieser Welt, sondern sie ist zerbrochen, in eine Vielheit zerfallen und dadurch ist ihre Einheit, ihre Identität verschwunden. Und dieses Schicksal blüht, wie gesagt, jedem materiellen Gegenstand, einfach wegen seiner Körperlichkeit. Das heilige, das sich jetzt in diesen Gegenständen offenbart, ist allerdings, wenn wir es uns als solches denken, nicht vergänglich. Das heißt, das heilige, also zum Beispiel der Gott, der sich im heiligen Baum manifestiert, stirbt nicht mit dem Baum. Zum Beispiel der Akt des heiligen Bonifatius, der bei einem germanischen Stamm in einer berühmten Geschichte, deren heilige Eiche, die wahrscheinlich dem Gott Dona geweiht war, gefällt hat, ist natürlich ein Sakrileg, weil er sich an dem heiligen Objekt vergeht, aber durch die Fällung der Eiche wird nicht der Gott Dona als solcher beseitigt oder vernichtet, sondern nur sozusagen ein Moment, ein Gegenstand, in dem eine Verbindung möglich war zwischen dem Gott und der Welt. Um das noch ein bisschen anschaulicher zu machen, dieses Verhältnis, das Unwandelbare und das Wandelbare möchte ich an der Stelle ein Zitat einführen und zwar ist es jetzt der erste traditionalistische Autor, den ich hier zitieren möchte und zwar ist es der Schweizer Frithjof Schuhon, ein Autor, der für Anfänger in diesem Bereich eigentlich gar nicht so sehr geeignet ist, weil er sehr viele Sachen voraussetzt in seinen Schriften, aber er ist einer von den Autoren, die am schönsten, finde ich, mit der Sprache umgehen können. Deswegen habe ich hier einige Zitate von ihm mit eingefügt, aber bloß als Hinweis, wenn jemand diese Zitate, diese Bücher nachlesen möchte, es kann sein, dass wenn ihr Einsteiger seid in diesem Feld, diese Bücher für euch noch nicht unbedingt geeignet sind. Nichtsdestotrotz, glaube ich, stehen diese Zitate für sich und sind sprachlich und ästhetisch sehr schön, um nochmal einen Eindruck zu kriegen von dem, was ich hier gerade versuche zu vermitteln. Ich habe das auch jetzt eingeblendet. Es gibt dazu auch nochmal ein eigenes Word-Dokument, in dem diese Zitate zum Nachlesen drin sind. Also, Zitat Frithjof Schuon, das Heilige ist die Ausstrahlung des Unwandelbaren ins Wandelbare. Daraus ergibt sich, dass der Sinn für das Heilige nicht nur darin besteht, diese Ausstrahlung wahrzunehmen, sondern auch darin, in den Dingen die Spur des Unwandelbaren zu entdecken, derart, dass man sich nicht vom Wandelbaren täuschen und versklaven lässt. Es geht darum, die Welt auf Heilige und nicht auf weltliche Weise zu betrachten und so in ihr zu leben, heiligend und nicht entweiend. Und ihr seht schon, dieses Zitat lehnt sich auch von der Sprache ganz stark an das an, was Mitzha Iliade hier schreibt. Oder vielleicht müsste man andersrum sagen, Iliade lehnt sich an das an, was Schuon hier schreibt. Weil wie gesagt, Iliade ist zwar nicht unbedingt als Traditionalist erkennbar, weil er diese Autoren nicht zitiert und sich eigentlich auch mit philosophischen Reflexionen zurückhält, er ist aber definitiv beeinflusst von diesen Autoren und wenn man die sozusagen alle zusammenliest, sieht man auch ganz klar diese Bezüge. Hier kommt also bei Schuon nochmal genau das zur Sprache, was ich gerade versucht habe darzustellen. Das Heilige ist die Ausstrahlung des Unwandelbaren ins Wandelbare. Das heißt, für den religiösen Menschen kann sich im wandelbaren materiellen Kosmos etwas offenbaren, was selbst von anderer Natur ist, was nicht Teil des Kosmos ist, sondern was ihn übersteigt, was ihn transzendiert und nicht von ihm abhängig ist. Und der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Sphären ist eben die Wandelbarkeit der materiellen Welt, die der Zeit unterliegt, der stetigen Veränderung und das Unwandelbare, das rein geistig Wahrnehmbare des Heiligen. Jetzt stellt sich allerdings die Frage, was ist denn eigentlich dann das Verhältnis zwischen diesem Träger der Hierophanie und dem Heiligen an sich, was sich dort offenbart? Denn so wie wir das jetzt uns gerade vorgestellt haben, hat sich ja gezeigt, dass das Heilige selbst, also zum Beispiel der Gott, von seinem Symbol, seinem Träger grundsätzlich verschieden ist. Wir haben ja gesagt, es übersteigt seinen Träger und es ist nicht von ihm abhängig. Es besteht also eine grundlegende Verschiedenheit zwischen diesen beiden Dingen. Gleichzeitig muss aber auch irgendeine Form der Verbindung bestehen zwischen diesen beiden Dingen. Denn damit eine Offenbarung und eine Manifestation in diesem Gegenstand überhaupt möglich ist, muss das Symbol dem Heiligen ja in irgendeiner Wahrheit ähnlich sein. und es muss auch irgendeine Form von Kontakt zwischen den beiden bestehen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass diese Offenbarung des Heiligen einfach vollkommen willkürlich wäre, dass sich jedes mögliche Heilige in jedem möglichen Gegenstand offenbaren könnte, sondern dieses Verhältnis ist durchaus konkret. An der Stelle möchte ich nochmal ein weiteres Zitat mit einführen, das ich auch noch eingeblendet habe, um nochmal auf dieses Verhältnis von Unwandelbaren zurückzukommen. Diesmal von Julius Evola aus seinem Hauptwerk Revolte gegen die moderne Welt, wo er auf dieses Verhältnis schon in seiner Einleitung Bezug nimmt und das auch im Grunde zur Grundlage seiner ganzen Ausführungen macht. Zitat Es besteht also eine physische Ordnung und es besteht eine metaphysische Ordnung. Es besteht die sterbliche Natur und es besteht die Natur des Unsterblichen. Es besteht das übergeordnete Gebiet des Seins und jenes niedrigere des Werdens. Ganz allgemein, es gibt ein wahrnehmbares, greifbares und vor dem und jenseits davon gibt es ein nicht wahrnehmbares, nicht greifbares als Überwelt. Grundgesetz, Prinzip und wahres Leben. Überall in der Welt, in der Tradition, im Osten und Westen hat es in der einen oder anderen Form dieses Wissen gegeben, dass wir eine unerschütterliche Achse war, um die alles Übrige angeordnet wurde. Soviel also nochmal zu diesem Verhältnis von Wandelbarem und Unwandelbarem und auch hier erkennt ihr, es ist immer noch nicht ganz klar, wie kommt es denn jetzt eigentlich dazu, dass das Wandelbare und das Unwandelbare in einem konkreten Verhältnis stehen können, dass also in der materiellen Welt sich konkret das Heilige zeigen kann. Und ich glaube, um das zu verstehen, ist am besten geeignet eine Beschreibung dieses Verhältnisses als Abbild und Urbild. Man könnte also gewissermaßen sagen, die wandelbare physische Welt bildet das Heilige nach. Sie versucht sich ihm anzuähnen und versucht es darzustellen, allerdings in einer Sphäre, die von ihm getrennt ist. Also so wie das Abbild in einem anderen Medium angefertigt wird als das Original, es aber versucht so gut wie möglich das Original abzubilden und ihm ähnlich zu werden. So steht im Grunde auch, dass der Träger der Hierophonie im Verhältnis zu dem Heiligen, das sich in ihm offenbart, er ist sozusagen ja, das das Materielle, was versucht, für einen Moment das Nicht-Materielle einzufangen und sichtbar zu machen. Die griechischen Wörter, die wir üblicherweise mit Urbild übersetzen, helfen vielleicht auch, um das klarer zu machen. Und zwar ist das einmal das griechische Wort Paradeigma, heißt wörtlich das, was man daneben hält, auch das, wovon sozusagen ein anderes sein Dasein bezieht, wenn man sie nebeneinander stellt und zeigt, dass das eine dem anderen ähnelt. Das ist das Paradeigma. Das ist deswegen vielleicht hilfreich, weil wir auch auf Deutsch dieses Wort Paradigma benutzen und auch in einem ganz ähnlichen Sinn. also das Paradigma einer Sache ist sozusagen ihre abstraktere, rein geistige Struktur oder ihre geistige Voraussetzung für die einzelne Manifestation. Ein anderes Wort, was wir auch in dem Zusammenhang kennen, ist das griechische Wort Archetypon. Das ist bekannt von Carl Gustav Jung in seiner psychologischen Lehre der Archetypen. Das Wort heißt wörtlich die ursprüngliche Form Archetypon. Das wird tatsächlich auch schon von antiken Autoren benutzt in einem ganz ähnlichen Sinne, wie es Jung später benutzt hat, allerdings nicht in diesem psychologischen Sinn. Also der Archetyp ist in der antiken Literatur kein Bestandteil des Unbewussten, der menschlichen Seele, sondern er hat wieder, wie dieses Heilige, über das wir gerade sprechen, eine eigene reingeistige Realität. Und mit dieser Idee von Abbild und Urbild lässt sich vielleicht auch verstehen, wieso das Heilige sich in verschiedenen Gegenständen gleichermaßen offenbaren kann, weil es von einem Urbild ja mehrere Abbilder geben kann. Wenn ein Abbild zerstört wird, ändert das nichts an der Realität und am Bestand des Urbildes, sondern es kann auch wieder ein neues Abbild geben, vielleicht dann in einem anderen Medium mit anderen Mitteln, durch einen anderen Verfertiger, aber es bleibt ein Abbild des selben Urbildes. Also man könnte auch sich vorstellen, geometrisch das Urbild in der Mitte, im Zentrum des Kreises und dann eine Ausstrahlung ins Äußere des Kreises, wo am Ende eines jeden Radius ein solches Abbild denkbar ist. Jetzt bleibt uns aber noch ein weiteres Problem. Also wir haben gesehen, zwischen dem Heiligen und seinem Träger gibt es eine Verbindung jetzt müssen wir uns ja noch die Frage stellen, wie ist es eigentlich möglich, dass gerade der Mensch dieses heilige wahrnehmen oder erkennen kann. Denn für den modernen Menschen leitet sich der Erkenntnis erkenntnisprozess letztlich ab aus der sinnlichen Wahrnehmung, also der empirischen Wahrnehmung. Ich erkenne etwas, indem ich durch meine fünf Sinne es ja all seine Eigenschaften sozusagen versuche, durch meine Sinne aufzunehmen, so wie es ausschaut, wie es anfühlt, wie es riecht, wie es schmeckt. Vor allem natürlich durch das Auge kann ich auch seine Veränderungen nachvollziehen, wenn ich es unter bestimmte Bedingungen setze. Das heißt, für uns ist Wahrnehmung immer so ein Verhältnis von dem einen und dem anderen, was sich gegenübersteht auf derselben Ebene. Und das eine liegt außerhalb des anderen. Also der Mensch nimmt etwas wahr, das außerhalb von ihm liegt. Und irgendwo gibt es dazwischen so eine ominöse Verbindung, die durch die Sinne stattfindet. Das ist allerdings nicht die Art des Erkennens und Wahrnehmens, die für den religiösen Menschen in der Hierophanie geschieht. Das Heilige offenbart sich zwar in einem externen Gegenstand, also zum Beispiel in dem Baum, den ich jetzt mal wieder heranziehe. Aber für den Menschen ist diese Begegnung mit dem Heiligen etwas zutiefst Innerliches und er erfährt es nicht als etwas von sich selbst völlig abgetrennt und Verschiedenes. Dafür möchte ich auch nochmal ein Zitat von unserem Autor Friedhoff Schuon heranziehen aus dem selben Buch wie das eben zitierte und zwar ich habe es auch wieder eingeblendet das Heilige ist die Ausstrahlung der himmlischen Mitte in das kosmische Randgebiet oder des unbewegten Bewegers in den Fluss der Dinge dies konkret zu empfinden heißt den Sinn für das Heilige und dadurch den Instinkt für die Anbetung die Frömmigkeit die Ergebenheit zu besitzen es ist das Bewusstsein in der Welt dessen was sein oder nicht sein kann dessen was nicht nicht sein kann und dessen unermessliche Entferntheit und wunderbare Nähe wir gleichzeitig empfinden wenn wir dieses Bewusstsein haben können dann deshalb weil das notwendige Sein uns in der Tiefe unseres Herzens erreicht durch ein Mysterium des Innewohnens das uns dazu befähigt alles Erkennbare zu erkennen und das uns eben dadurch unsterblich macht das heißt das Heilige ist wie gesagt nichts vom Menschen abgetrenntes sondern es wohnt dem Menschen auf gewisse Weise inne und diese Intuition dieser Gedanke dass der Mensch eine unmittelbare Verbindung zum Heiligen hat und zwar nur der Mensch im Vergleich zu den anderen Lebewesen der geschaffenen Welt ist auch was was wir im Grunde in jeder bekannten Religion und Tradition wiederfinden und viele traditionelle Hochkulturen haben dieses Konzept sehr detailreich und ausgearbeitet und zu einer Grundlage vieler traditioneller philosophischen Systeme gemacht und um das nochmal besser zu verstehen will ich hier mal ganz konkret auf unseren abendländischen Gedanken eingehen der diese Intuition widerspiegelt und zwar ist der Schlüsselbegriff meines Erachtens trotzdem unerlässlich um ja um dieses Verhältnis des Menschen zum Heiligen nachvollziehen zu können und zwar der Begriff des Nus wird prominent in der griechischen Philosophie vor allem bei Platon er taucht vorher schon also ganz normal im Sprachgebrauch auf und ist auch philosophisch schon vorher relevant aber so richtig zu seiner Prominenz kommt er im Grunde erst bei Platon und vor allem dann später in der Tradition der Philosophen die sich direkt auf Platon beziehen und dann vor allem auch in der christlichen Theologie und im Grunde in der ganzen traditionellen Philosophie bis zum Beginn der Moderne und was Nus mehr oder weniger meint ist eine Fähigkeit des menschlichen Geistes unmittelbar Wahrheit wahrzunehmen und sozusagen intuitiv direkt das wahre wahrzunehmen und zu verinnerlichen und man muss diesen Nus beziehungsweise den Intellekt unterscheiden von dem was man dann auf Lateinisch Ratio nennen würde auf Griechisch Dianoia und auf Deutsch vielleicht Vernunft oder das Denken denn das ist für die moderne Menschen nicht mehr selbstverständlich dass das zwei unterschiedliche Dinge sind denn die Ratio das Denken die Dianoia ist sozusagen der Prozess wo wir im Gedächtnis im Denken reflektieren und auch durch sprachliche logische Reflexionen zu gewissen logischen Schlüssen kommen und das besondere Merkmal des Rationalismus wo auch wieder dieser Begriff Ratio drinsteckt und des modernen aufklärerischen Denkens ist eben dass diese Ratio sozusagen der Gipfel ist dessen was möglich ist für den Menschen und dass alles letztlich sich aus dieser Ratio aus diesem Abwägen Nachdenken und Schlussfolgern ableiten muss und das aufklärerisch moderne Denken eliminiert damit im Grunde eine höhere Ebene die jahrtausendelang eigentlich den Gipfel dieser geistigen Hierarchie ausgemacht hat und das ist diese Idee des Intellekts und der Intellekt ist eben nicht dieses reflektierende Nachdenken sondern Intellekt ist im Grund dieser die Fähigkeit in einem blitzartigen Moment wie wenn man eins wird mit dem Objekt seiner Erkenntnis dieses in seiner ganzen Tragweite zu verstehen das kann man vielleicht sich vorstellen wenn man sich stellt euch vor ihr habt ein logisches Problem mit dem euch auseinandersetzt das kann in allen möglichen Erkenntnisgebieten der Fall sein das kann zum Beispiel auch hier in diesem Lesekreis der Fall sein ihr denkt über irgendwas nach und es scheint euch noch nicht so richtig schlüssig und ihr reflektiert es im Denken und stellt einen Satz neben den anderen und versucht zu sehen wo ergeben sich Widersprüche wo ergeben sich Übereinstimmungen und irgendwo gibt es dann diesen Moment wo es Klick macht und auf einmal für euch diese Sache klar ist und präsent und dieser Moment ist sozusagen eine Annäherung an das was man mit News oder Intellekt meint und was jetzt das Heilige das Besondere an dieser geistigen Fähigkeit des Menschen ist dass in der traditionellen Vorstellung dieses Stadium des Geistes dieses rein intellektuale Erkenntnis dass die im Grunde identisch ist mit dem Objekt ihrer Erkenntnis dazu möchte ich auch nochmal kurz ein Zitat von Schwon ein Schleusen der das sprachlich deutlich schöner ausgedrückt hat als ich das jetzt gerade versuche ich blende das ich habe das auch noch eingeblendet diesmal aus einem anderen Buch Zitat beim geistigen Innewerden erkennt streng genommen nicht das Individuum als solches dessen natürliche Fähigkeiten ja nur in zweiter Linie betätigt sind sondern ein Funke des göttlichen Selbst im Menschen anders gesagt der Mensch erkennt dann insofern als er in seinem tiefsten Wesen nicht von der allumfassenden göttlichen Wirklichkeit verschieden ist Erkennendes und Erkanntes Intellekt und Wirklichkeit sind irgendwie eins denn der Intellekt ist eine unmittelbare Strahlung der Wirklichkeit und offenbart sie aus seinem eigenen unwandelbaren Wesen heraus wie gesagt wir können das Ganze jetzt nicht ausdiskutieren deswegen nehmt das einfach mal so mit lasst es euch mal ein bisschen auf der Zunge und schaut ob ihr mit diesem Gedanken was anfangen könnt also sprich die menschliche Seele als etwas mit einem unsterblichen Ursprung und dieser unsterbliche Ursprung als in seinem Grunde identisch mit der göttlichen Wirklichkeit und das menschliche Erkenntnisvermögen als Moment des Übereinstimmens der sozusagen des menschlichen Geistes mit dem göttlichen Geist das ist wie gesagt schon ein sehr komplexes philosophisches Konzept da haben wir uns jetzt ein bisschen wegbewegt von dem Gegenstand unseres Buches das sich eigentlich wie gesagt nicht mit philosophischen Konzepten auseinandersetzt sondern mit Beispielen und Realitäten aus der gelebten Kultur der traditionellen Welt und früherer Kulturstufen aber meines Erachtens ist es teilweise hilfreich aus diesen philosophischen Reflektionen heraus die Intuition die dahinter steht nachzuvollziehen und zumindest geht mir das so dass ich oft wenn ich die Sachen durchdenke abstrakt erst dann sie sozusagen zurück interpretieren kann und verstehen kann welche Intuition hinter dieser Offenbarung des Heiligen steckt wenn sie der archaische oder traditionelle Mensch erfährt so jetzt haben wir im Grunde nur noch eine Frage zu klären wobei es ist keine Frage sondern es ist noch ein Aspekt den Eliade hier noch ins Spiel bringt bei seiner Beschreibung der Hierophanie ich zitiere jetzt nochmal aus unserem Buch Seite 15 nur eine ganz kurze Feststellung 15 der letzte Absatz der Mensch der archaischen Gesellschaften hat die Neigung im Heiligen oder sehr nahe bei geheiligten Gegenständen zu leben diese Neigung ist verständlich denn für die Primitiven wie für die Menschen der vormodernen Gesellschaften bedeutet das Heilige so viel wie Kraft und letztlich Realität schlechthin das Heilige ist gesättigt mit Sein Heilige Kraft heißt Realität Ewigkeit und Wirkungskraft in einem und auch das ist jetzt wieder etwas worüber man sich philosophisch ziemlich lang auslassen könnte zunächst mal steht hier die einfache Feststellung dass das Heilige für den religiösen Menschen gewissermaßen das wirklich Seiende ist und es ist im Grunde Synonym wie Eliade selbst schreibt mit Wirklichkeit mit Ewigkeit und mit Wahrheit denn wir haben ja gerade schon in mehreren Ausführungen gesehen dass das Heilige für den religiösen Menschen etwas Unwandelbares ist und dass im Grunde die wandelbare Welt immer nur zeitlich begrenzte Abbilder des Unwandelbaren Heiligen sind das heißt das was da unvergänglich unwandelbar besteht ist ja eigentlich dann in diesem Sinne das Vorbild alles existierenden und damit eigentlich auch das was wirklich ist und was Schöpfungskraft inne hat und was die sich ständig verändernde materielle Welt überhaupt erst hervorbringt das heißt für den religiösen Menschen ist unsere Welt ja im Grunde nur ja nur verhältnismäßig real sie ist also nicht die absolute Realität in sich selbst sondern sie ist nur real insofern sie übereinstimmt mit mit dem Heiligen und das bedeutet natürlich für den Menschen der in dieser Welt in dieser verhältnismäßig realen sich ständig veränderten Welt lebt im Grunde die ganze Zeit zu streben danach möglichst in Einheit und in Übereinkunft mit dem Heiligen zu leben wenn das seinem religiösen Empfinden entspricht und damit ist nämlich auch das ganze religiöse Leben die Sakramente die Feste das persönliche Gebet das Opfer alles was was damit zu tun hat ist im Grunde ein Versuch der des Wiederfindens des Auffrischens der Aktualisierung dieser Wirklichen Wirklichkeit dieser Wahrheit und ein Versuch in der sich stetig veränderten Welt das wiederher zu uns zu holen und in seine Präsenz zu treten So jetzt haben wir uns eine gute halbe Stunde im Grunde mit zwei Seiten in diesem Buch aufgehalten Warum war das notwendig? Das war notwendig weil diese Punkte die ich hier genannt habe die sind alle auch nochmal übrigens in unserem Skript nachzulesen und ich würde euch empfehlen da auch auf jeden Fall nochmal eine Nachbereitung vorzunehmen und euch diese Sachen nochmal durch den Kopf gehen zu lassen die Zitate nochmal zu lesen und sie einfach mal setzen zu lassen denn all diese Sachen sind unverzichtbar um den Rest dieses Buches wirklich zu verstehen denn wie gesagt unser Ziel ist es uns eigentlich hinein zu versetzen in einen religiös denkenden und ja einen religiös erfahrenden Menschen insofern wir das selbst womöglich noch nicht sind und dessen in der Welt sein so gut wie möglich nachzuvollziehen und das passiert nicht von einem aufs andere das ist auch nichts was wir rational uns erdenken können sondern es ist ein Erlernen einer anderen Erfahrungswelt und dafür habe ich euch jetzt eine ganze Reihe im Grunde an philosophischen Reflexionen zur Verfügung gestellt und habe diesen Begriff der Hierophanie nochmal richtig auseinander genommen so dass wir wirklich die Möglichkeit haben uns da Schritt für Schritt damit zu zu assoziieren und uns das immer näher kommen zu lassen denn wenn wir das nicht schaffen wenn wir sozusagen nicht schaffen uns da darauf einzulassen auf diese auf diese Wahrnehmung die ich jetzt gerade versucht habe zu umschreiben dann werden wir auch nie verstehen was das religiöse an sich eigentlich ausmacht weil wir es immer nur von außen betrachten und keine rationale Schlussfolgerung kein reiner Denkprozess des Denkens schafft letztlich diese Identifikation mit dem religiösen die eigentlich ja das Ziel dieses Lesekreises oder dieses Buches sein soll zum Ende dieser Lektion hin wollen wir jetzt noch mal kurz die beiden anderen Kapitel der Einleitung betrachten allerdings legen wir da jetzt nicht mehr den Schwerpunkt das zweite Kapitel trägt die Überschrift zwei Arten des In-der-Welt-Seins und das verweist auch auf den Titel denn jetzt haben wir uns ja gerade im Grunde nur mit dem Begriff des Heiligen auseinander gesetzt das Buch heißt aber ja das Heilige und das Profane und worauf dieser Titel Bezug nimmt ist die ja die Differenz zwischen dem erfahren und Denken des religiösen Menschen die wir gerade eben versucht haben in der Hierophanie zu fassen und unserem modernen Denken und unserer modernen Weltanschauung und das gravierende ist nun eben dass diese beiden Weltanschauungen Grundverschieden sind und dass sie sich im Grunde ja nicht mehr harmonisieren lassen weil sie sich über einen zentralen Aspekt der Wirklichkeit fundamental uneinig sind denn dass dieser Prozess den wir gerade versucht haben uns näher zu bringen diese Offenbarung des Heiligen ist im Grunde für den modernen Menschen nahezu unmöglich geworden das heißt man könnte sagen wenn der religiöse Mensch immer versucht im Heiligen zu leben lebt der Mensch der modernen Welt im Profanen das Wort profan kommt aus dem lateinischen profanum und bedeutet wörtlich einfach außerhalb des Heiligtums das profanum ist das Gebiet vor dem geweihten Bezirk das heißt der moderne Mensch für den sich das Heilige nicht mehr offenbart für den zeigt sich die Welt zu der er auch selbst gehört nicht mehr als Abbild des Unwandelbaren die Welt ist gewissermaßen vom Heiligen abgetrennt das heißt er sieht die Welt im Grunde nur noch unter dem Aspekt der Vergänglichkeit der Individualität und der Bedingtheit also nichts ist mehr schlechthin real sondern alles ist im Grunde nur einem stetigen Verfall ausgesetzt verändert sich ständig ich kann auch alles in der Welt inklusive des Menschen in immer kleinere Teile zerteilen also alles was körperlich ist kann ich in seine Bestandteile zerteilen und das hat ja die moderne Physik bis in ihre Extreme betrieben also früher gab es vielleicht mal die Vorstellung des Atoms als kleinste Einheit dann wurde auch die aufgelöst und so hat sich dieser Prozess so weit fortgesetzt bis man jetzt irgendwo in der Quanten Physik an einem Punkt angekommen ist wo man eigentlich sagen muss wir können gar keine definitiven Aussagen über die kleinsten Teile treffen weil im Grunde der Beobachter selbst Teil des Prozesses ist in dem sich diese Realitäten überhaupt bilden so dass es eigentlich gar nichts kleinsten Teilchen mehr als solche gibt aus denen wir die Welt zusammensetzen können und wenn sich natürlich alles stetig verändert alles sich irgendwie zerteilen lässt in kleineres dann ist im Grunde auch alles austauschbar weil nichts nichts unbedingt sein muss weil alles im Grunde nur sein kann weil ich alles auch verändern kann und warum und selbst wenn etwas wie zum Beispiel unsere Gesellschaft Strukturen unsere Traditionen und unsere Konventionen nach denen wir leben es mag sein dass die alle evolutionär vielleicht sinnvoll sind auch im modernen Denken aber es gibt aus der modernen Welterfahrung heraus keinen Grund warum sie so sein müssten und warum sie so bleiben müssten weshalb im Grunde der ja das letzte Stadium dieses modernen in der Welt seins letztendlich auch dann der Transhumanismus ist in dem sogar der Mensch als solcher keine zwingende Realität mehr ist nichts mehr was nicht auch anders sein könnte nicht mehr was sich auch manipulieren und verändern könnte und unter diesem Aspekt stehen sich also die traditionelle Welt und die moderne Welt diametral gegenüber weshalb ich auch dem Grunde die traditionelle Welt und die moderne Welt jeweils als Einheit auffassen kann und sie in dieser Hinsicht auch sich gegenüber stellen kann auch wenn natürlich dieser Begriff moderne Welt in sich eine unglaubliche Diversität hat genauso wie der Begriff Religion oder traditionelle Welt in sich unglaublich divers ist unter diesem Aspekt stehen sie sich trotzdem diametral gegenüber und an der Stelle auch um sozusagen nochmal eine bisschen Selbstreflexion am modernen Menschen zu betreiben möchte ich noch ein Zitat von René Grenon einstreuen dem Begründer des Integralen Traditionalismus der für diese Welterfahrung des modernen Menschen den wie ich finde ganz guten Begriff praktischen Materialismus geprägt hat denn ich habe jetzt gerade auch eine relativ abstrakte Sprache benutzt um so die moderne Welterfahrung zu beschreiben und im Grunde sind das auch alles hat all das philosophische Voraussetzungen natürlich macht sich aber kaum einer von uns großartige philosophische Gedanken darüber wie er jetzt die Welt erfährt sondern das perfide oder das faszinierende auf eine gewisse Art und Weise ist ja im Grunde dass diese Grundüberzeugungen so eingesickert sind in unsere tägliche erfahrung dass wir sie gar nicht mehr als solche erkennen also wenn wir mit der Welt interagieren als ob sie ein Haufen Materie wäre die wir zersetzen und verändern können dann realisieren wir ja gar nicht mehr dass die Grundlage für diese Interaktion ein philosophisches Verhältnis zur Welt ist das man als Materialismus beschreiben könnte sondern es ist für uns einfach ja Alltag geworden und dass das so alltäglich geworden ist zeigt eben auch wie absolut für den modernen Menschen seine profane Welterfahrung ist und wie schwierig es ist daher überhaupt herauszutreten was wir im Grunde jetzt auch wir versuchen wenn wir so ein Buch lesen und uns versuchen in die Welt des religiösen Menschen hinein zu versetzen wie gesagt das passiert nicht von einem Moment auf den anderen sondern es erfordert Offenheit Bereitschaft und Gewöhnung und ich finde Guernon in seinem Buch die Krise der modernen Welt zu der es auch einen Lesekreis gibt hier auf der Plattform hat das ganz schön zusammengefasst Zitat man kann also von einem de facto Materialismus sprechen den wir gern einen praktischen Materialismus nennen möchten doch das Übel ist vielleicht nur noch schwerwiegender weil es tiefer und weitreichender ist nach Ansicht der modernen scheint nichts außerhalb dessen zu existieren was man sehen und berühren kann oder wenigstens selbst wenn sie theoretisch anerkennen dass etwas anderes existieren könnte erklären sie es eilig nicht nur als unbekannt sondern auch als unerkennbar was sie davon befreit sich damit zu beschäftigen wenn es trotzdem einige gibt die sich bemühen sich irgendeine Vorstellung einer anderen Welt zu machen so stellen sie sich diese nach dem Modell der irdischen Welt vor weil sie sich dabei nur ihre Einbildungskraft bedienen und sie versetzen dorthin alle für die irdische Welt eigentümlichen Existenzbedingungen einschließlich von Raum und Zeit ja selbst so etwas wie eine Körperlichkeit Zitat Ende Soll heißen der Mensch der moderne Mensch und ist diesen Dingen damit auch gewissermaßen ausgeliefert und muss wirklich Kraft und Aufmerksamkeit aufwenden um eine andere Realität überhaupt noch erfahren zu können jetzt sind wir im Grunde schon am Ende angelangt dieser Lektion das letzte Kapitel der Einleitung trägt die Überschrift das Heilige und die Geschichte das möchte ich jetzt nur noch so als kleinen Nachtrag zu dem was wir gerade schon erörtert haben betrachten denn hier geht Eliade nochmal auf die Frage ein ob man jetzt eigentlich die religiöse Welt die traditionelle Welt so als Einheit begreifen kann denn der moderne Mensch würde da wieder seine Kritik auspacken und in dem Fall seine historische Kritik und sagen ja Moment mal das was du da als traditionelle Welt als verändern sich doch auch die ganze Zeit und haben sich in der uns bekannten Geschichte extrem verändert und es ist doch offenkundig dass die religiösen Formen was mit den natürlichen und kulturellen Bedingungen des Menschen zu tun haben zum Beispiel ist offenkundig dass der Mensch in der Zeit in der Ackerbau betrieben hat zum ersten Mal ein ganz anderes Verhältnis hatte zu Gottheiten der Erde und der Fruchtbarkeit die er in früheren Kulturstufen womöglich nicht hatte und die er auch in anderen gleichzeitigen Kulturstufen zum Beispiel denen der Reiternomaden aus der asiatischen Steppe auch nicht in der Form hatte also für die Steppennomaden war schon in der Bronzezeit und ist interessanterweise im Grunde bis heute prägend dass der Himmelsgott eine ganz prominente Rolle einnimmt also das ist sowohl bei den in den indoeuropäischen Religionen lässt sich das gut nachvollziehen als auch in der glaube ich heute noch sogar lebendigen Religion mancher mongolischer oder altarischer Stämme oder der anderen Turkvölker die noch ein bisschen ihre Traditionen bewahrt haben dort gibt es die Tradition des Tengrismus in der der höchste Gott Tengri ja auch im Grunde der Himmelsgott ist und wo die Fruchtbarkeitsgötter einen ziemlich untergeordneten Rang einnehmen jetzt könnte man ja sagen okay also anscheinend sind diese sind diese ist diese Hierarchie der Götter in diesen Kulturen ja abhängig davon wie sie leben ja natürlich wenn ich Ackerbau betreibe mit der Erde arbeite dann verehr ich eben auch eher eine weibliche Gottheit die für die Fruchtbarkeit der Erde steht als jetzt zum Beispiel einen männlichen Gott der für die Ewigkeit des Himmels steht also ist sozusagen die religiöse Form jetzt nicht einfach nur bedingt durch die Kultur die sich auch ständig verändert und da müssen wir jetzt mit unserer Herangehensweise eigentlich wieder sagen die Form mag sich unterscheiden aber das Besondere ist dass die Erfahrung des Heiligen sich ja zu jeder Zeit in derselben Struktur zeigt das heißt sowohl für den Ackerbauern als auch für den Steppennomaden sind seine Beziehungen zu seinen Göttern ja jeweils Offenbarungen des Heiligen also Offenbarungen von etwas Unwandelbarem Ewigen was sich eben nicht für ihn als relativ als bedingt durch seine Kultur darstellt was sich im Grunde auch dadurch nachvollziehen lässt dass Kulturen die ihre Kulturform verändert haben also zum Beispiel die indoeuropäischen Völker die in Europa sesshaft geworden sind und sich mit den Ackerbauern vermischt haben dass die deswegen nicht ihre Götter die sie aus der Steppe mitgebracht haben in gewissem Sinne aufgegeben haben sondern der Himmelsgott bleibt der König des Pantheons auch wenn jetzt möglicherweise eine weibliche Fruchtbarkeitsgöttin ihn ergänzt oder auch einen wesentlichen Teil im Götterhimmel einnimmt nichtsdestotrotz bleibt die Realität des Himmels eine Offenbarung des Heiligen genauso wie die Offenbarung der Erde eine Offenbarung des Heiligen sein kann und diese beiden Dinge schließen sich auch nicht gegenseitig aus sie können durchaus nebeneinander bestehen also genauso wie ein Mensch der in der Steppe lebt andere Bäume kennt als ein Mensch der in Skandinavien lebt schließt das nicht die Realität beider dieser Baumsorten aus der Kaktus verschwindet nicht nur weil ich eben nur Nadelbäume kenne und so wegwährenden wehrenden Weisheit die im Grunde so den Kern der traditionalistischen Philosophie ausmacht nämlich die Überzeugung dass in der traditionellen Welt sich in allen Kulturen immer wieder dieselbe grundlegende Lehre von der Wahrheit und der Wirklichkeit zeigt und sich sozusagen nur in verschiedenen historischen oder räumlich unterschiedlichen Orten offenbart und auch das wird vielleicht im Zuge dieses Büches auch klarer wenn wir immer wieder verschiedene Beispiele nebeneinander stellen aus ganz unterschiedlichen Zeiten und ganz unterschiedlichen Räumen und so langsam ein Bild entsteht von einer strukturell einheitlichen traditionellen religiösen Welt so damit sind wir am Ende dieser Lektion angelangt ich lade euch ein nochmal das Skript gut durchzulesen und euch wie gesagt auch nochmal die Zitate zu Gemüte zu führen und für diejenigen die vielleicht schon etwas mehr Erfahrung haben mit diesen Themen euch auch ruhig mal einzulesen in die anderen verlinkten Bücher der traditionalistischen Autoren die ich hier zitiert habe denn ich glaube man kann das gar nicht ernst genug nehmen wenn man sich mit diesem Themenbereich auseinandersetzt ein Verständnis dafür zu entwickeln was für den religiösen Menschen eigentlich die Offenbarung des Heiligen bedeutet und wie sie sich für ihn darstellt fordert da auch vielleicht wenn ihr noch neu seid in diesen Themenbereichen nicht zu viel von euch es ist keine Schande wenn ihr jetzt sozusagen dieses Buch zur Seite gelegt habt diese Lektion jetzt beendet und euch erstmal denkt okay interessant ist mir aber alles noch nicht so klar das ging mir genauso das geht im Grunde wahrscheinlich jedem so der sich mit diesen Sachen zum ersten Mal auseinandersetzt diese Gedanken brauchen ihre Zeit zu wirken und sie brauchen vor allem eine Bereitschaft zur Veränderung also ihr müsst die Bereitschaft mitbringen euch auf diese andere Welterfahrung einzulassen und müsst auch bereit sein gewisse Grundüberzeugungen die ihr vielleicht mitbringt aus eben dem Dasein als moderne Menschen fahren zu lassen und damit vielleicht auch zunächst mal in einen Raum der Unsicherheit zu kommen weil es natürlich immer schwierig ist bekannte Wege zu verlassen und sich auf Neues einzulassen aber ich kann euch so viel versprechen dass wenn ihr euch darauf einlasst und wenn ihr auch dieses Buch und seinen Gegenstand ernst nehmt dass ihr dann womöglich etwas findet was euch deutlich mehr halt bieten kann als das als das woraus wir letztendlich alle entstammen und woraus viele von uns vielleicht einen Ausweg suchen nämlich den praktischen Materialismus und das profane Dasein in der modernen Welt und damit verabschiede ich euch für heute das Skript enthält auch noch ein paar Anschluss Fragen mit die ihr euch noch mal ein bisschen reflektieren könnt über die Gegenstand der Lektion wir sehen uns wieder in der nächsten Lektion wo wir uns dann das erste vollständige Kapitel dieses Buches vornehmen Buches Vielen Dank.